Dirolerinnen und liebe Diroler, geschätzter Landesvorratpartner Christoph Weimler, geschätzter Landesschützenumann Elmar Dalloch, geschätzte Magdeterinnen, aber vor allem auch mit Südtirol, wie gibt es sich das? Geschätzte anwesende Schützenkompanien und Abordnungen aus nah und fern, geschätzte Politikerinnen und Politiker und vor allem auch geschätzte Ehrengäste. Grundwerte wie Respekt, Würde und Treue und Sinnhaftigkeit können ein Anverdruck sein, können Sicherheit und auch Orientierung geben. Sie halten Gemeinschaften zusammen. Dies sind Werte, die uns positiv beeinflussen, die uns stärken und die uns auch vor allem auch zusammenhalten. Andreas Hofer hat in meinen Augen viele dieser Werte auf seine Person vereint. Und er hat damit auch einiges bewegen können. Sein Glaube und auch sein offenes Bekenntnis zu Gott sind ein Wert, der für viele heute nicht mehr sinnvoll, nicht mehr wertvoll ist. Ich persönlich finde das einfach schade, denn der Glaube gehört zu uns. Er hat unser Land und er hat auch unsere Kultur damit auch stark geprägt. Und es braucht auch weiterhin Menschen, die an ihm festhalten. Und deswegen ermutigen wir uns alle, den Wert des christlichen Glaubens bewusster zu leben und den Sonntag aus seinem ursprünglichen Charakter zu lassen und nicht den Konsum zu opfern. Auch die Heimat war für Andreas Hofer ein großer Wert. Der versuchte, mit allen Mitteln auch zu verteidigen. Und wir sollten es alle zu schätzen wissen, alle die wir heute hier sind, eine Heimat zu haben. Eine Heimat, in der Frieden herrscht, in dem wir alle offen unsere Meinungstagen durften und wo wir auch mitgestalten können und nicht um lebensnotwendige Dinge kämpfen müssen. Das ist ein Privileg, das wenige auf der Welt haben. Und dafür müssen wir auch mal unseren Ahnen danken, die sich dafür eingesetzt haben. Und oft dafür auch mit ihrem Leben bezahlt haben. Aber heute hier, an dieser Stelle, danke ich euch, liebe Schütze, mit einem großen Vergänstert, was ihr für unser Land, für unsere Kultur, Sprache und Bildung leistet und dabei vor allem die Jugendlichen mit einbindet. Aber ich appelliere auch, weiterhin an unsere Bräuche und an unsere Traditionen festzuhalten, sie lebendig zu halten, bewusst zu pflegen. Denn gepflegtes Brauchtum hat mit Werten zu tun. Sie sind die Blüte eines Volkes. Und Bräuche, Bräuche sind Volksgut, einmalig und nicht kopierbar. Und tragen auch zum unwechselbaren Bild unseres Landes, unserer Heimat bei. Und gerade in dieser schnelllebigen Zeit geben sie uns auch Halt und Orientierung. Und bei dieser rasanten Globalisierung brauchen wir nicht mehr Vorschriften, sondern Vorbilder, Vorbilder, Menschen, die sich nach diesen Werten orientieren. Und ihr, ihr liebe Schütze, ihr seid ein gutes Beispiel dafür und bleibt es auch weiterhin. In diesem Sinne ein großes Vergänstert, macht zwei Person und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.